Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VfG Weaponcare. Heute im Studio eine Waffe aus dem Hause Hera, The Fifteens. Bevor ich euch was über die Details der Waffe erzähle, wie immer der Hinweis, Waffe ist überprüft, Sicherheit ist hergestellt. Wir haben hier eine klassische AR-15 im Kaliber 223, BKA zugelassen, Lauflänge 7,5 Zoll. Zu den Details der Waffe, Besonderheiten, was hier vorne wirkt, wie ein Schalldämpfer, ist kein Schalldämpfer. Hera nennt das Teil hier vorne Linearkompensator. Funktion des Linearkompensators, wie der Name sagt, Mündungsblitz wird linear nach vorne von der Mündung weggeleitet, das ganze Spiel ist unglaublich hell und unglaublich laut. Der Linearkompensator darf nicht abgebaut werden, er ist Teil der Waffe und dient somit zur Ermittlung der Länge. Info zum Schaft, ihr seht hier keine Schaftlängenverstellung, analog zum Kompensator, hier darf absolut nichts verändert werden. Länge des Schaftes, Bestandteil der Gesamtlänge der Waffe. Verbaut ist hier ein Red Dot Visier von Aimpoint und zwar das Pro, Petrol Rival Only. Eine sehr robuste, massive Optik, die wirklich was ab kann. Nett, interessant hier, eine Batteriestandzeit von 30.000 Stunden. Diese Waffe ist tatsächlich meine und ich bin mit diesem Gerät nicht nur sportlich unterwegs, ich führe diese AR-15 tatsächlich auch jagdlich. Und zwar einzig und ausschließlich für Nachsuchen auf Rehbild. Warum? Optik hier drauf, bewusst gewählt, sehr massiv, sehr robust. Die Länge der Waffe bringt ein perfektes Handling in Verbindung mit Hund im schwierigen Gelände. Um die Waffe in der Nachsuche perfekt zu führen, nutze ich eine One-Point-Sling. Sehr kurz, sehr führig. Die Waffe hängt über dem Knie, stört mich in keinster Art und Weise. Berg rauf, bergrunter, durchs Maisfeld, durch die Brombeerdeckung. Die Waffe ist überhaupt nicht spürbar im Führen. Sieht so aus und wird hier befestigt. So, zum eigentlichen Thema, wir reinigen diese AR-15 eingangs wieder. Optik, diese hier ist abgedeckt, also kein Problem mit Öl auf der Optik vorne oder hinten. Nichtsdestotrotz, kleiner Tipp am Rande, macht was rum. Warum? Ich habe hier eine kleine Idee für euch. Einweg-Bademütze. Trivial, genial. Hier einmal ausgepackt, ganz einfach über die Optik einmal kurz drehen, nochmal überschlagen. Und alles ist schnell und perfekt verpackt. Es fällt nichts ab, ihr könnt die Waffe perfekt handeln, um sie zu reinigen. Zur Reinigung der Waffe, wir zerlegen die AR-15 wie gewohnt. Und ziehen der beiden Pins, APA vom Lower trennen, komplettes Verschlusssystem rausmachen, mache ich jetzt. APA vom Lower ist getrennt, APA liegt hier, Verschlusssystem ist entnommen. Verschluss werden wir jetzt auch zerlegen. Deswegen, diese Waffe hier hat exakt 100 Schuss, nicht viel. Und trotzdem haben wir Ablagerungen drin, wir haben hier nämlich ein direktes Gasabnahmesystem. Um den Verschluss zu zerlegen, ist mir irgendwann mal ein Tool über den Weg gelaufen von Real-A-Vit. So heißt der Hersteller, Real-A-Vit AR-15. Speziell um eine AR-15 zu zerlegen, ist wirklich alles drin, was ihr braucht. Alles an Pins, alles an Haken, hier drin verbaut, sehr sinnvoll. Schlagbolzen-Sicherungsstift, erste Thematik, die raus muss. Hier mit diesem Tool super zu handeln. Ein Haken, ziehen, fertig. Hier bietet sich auch die helle Waffenpflegeunterlage an. Hier finde ich nämlich meine Teile wieder. Schlagbolzen-Sicherungsstift ist hier raus. Wir entfernen nun den Schlagbolzen. Und im Anschluss den Kernpin. Der wird hier gedreht und kann dann auch mit dem Stift wieder sehr einfach ausgezogen werden. Hier sieht man sehr schön, wie viel an Ablagerungen bei 100 Schuss auf einer Gasabnahme direkt ankommen. Jetzt fehlt noch die Auszieherkralle. Hier den Pin nach draußen drücken. Ein bisschen vorsichtig sein, da ist ein kleines Federchen drin, ist schnell verloren. Ablegen auf der Matte, vorsichtig raus mit dem Pin. Und mit dem Finger ein bisschen fixieren. Dann geht hier auch nichts verloren. Erste Komponente, die ich reinige, wird der Verschlussträger werden. Hier habe ich die größten Flächen und die meisten Ablagerungen. Dazu verwende ich folgendes. Carbonreiniger, Druckluftspray. VfG Comfortreiniger, Kaliber 22. VfG Intensivreiniger, ebenfalls Kaliber 22. Und handelsüblich Schaschlikspießchen. Um den Verschlussträger zu reinigen, beginne ich hier mit dem Carbonreiniger aufzutragen, um diese Komponenten, die sich hier abgelagert haben, einfach mal anzulösen. Ihr seht auch wieder schön, Handschuh macht Sinn. Schützt euch selbst, das ist Chemie. Muss man nicht unbedingt auf der Haut haben. Was man nicht trinkt, braucht man auch nicht auf den Händen. Ich lasse die ganze Sache jetzt einwirken, schnappe mir währenddessen mein Schaschlikspießchen und ziehe mir hier ein paar Intensivreiniger drauf. Wenn ihr die Intensivreiniger ganz nach unten schiebt und diese ein bisschen komprimiert, werden die von alleine auf dem Holz, auf dem Stäbchen halten und sich nicht verschieben. Die fixieren sich selbst. Sechs Intensivreiniger, Messinggewebe verarbeitet, hervorragend feine Bürste. Der Carbonreiniger sollte seinen Job jetzt gemacht haben. Wir können das, was er angelöst hat, nun abtragen. Der Kaliber 22 passt auch hervorragend in diese Führungsschienen hier. Die Einfräsungen, in die der Forward-Assist-Button hier greift, sind auch sehr gut mit den Intensivreinigern zu reinigen, weil ich wirklich hier in die tiefe Thematik reinkomme und hier alle Ablagerungen sauber ausbürsten kann. Innenseite ist ja immer schlecht hinzukommen, auch mit Bürsten. Hier Schaschlikstäbchen mit den 22er Filzen drauf. Kann mich sehr komfortabel überall ran. Und kann tatsächlich alles traumhaft rausbürsten hier. Ebenso vorne in der Aufnahme des Verschlusses. Es ist ja ausreichend oder sinnvoll, mit Carbonreiniger zu arbeiten. Das, was wir hier kriegen über eine direkte Gasabnahme, ist tatsächlich purer Schmauch. Also tatsächlich pures Carbon, was hier hinten ankommt, was über die Gasabnahme nach hinten transportiert wird, um zu repidieren. Und das löst sich über einen Carbonreiniger hervorragend ab. Wenn ihr hier zu viel Öl im System haben solltet, weil ihr einfach zu viel drauf gemacht habt und der Carbonreiniger nichts löst, dann liegt es in der Regel nicht an dem Carbonreiniger, sondern es liegt daran, dass ihr Öl über dem Carbon, über dieser Ablagerung habt und der Carbonreiniger hier nicht ansetzen kann. Es ist dann von Nöten, dass ihr über einen Kaltentfetter dieses Öl entfernt. Kann auch ein Bremsenreiniger sein, ganz trivial. Schaut aber hier vielleicht, dass er acetonfrei ist. Hier geht Gesundheit auch immer wieder vor. Denn Belüftungsanlage hat keiner im Wohnzimmer zu Hause. Macht dieses Öl ab, dann kann der Carbonreiniger auch wirklich diese Carbonablagerungen angreifen und ablösen. Solange da Öl drüber ist, kann er das nicht. Diese Kombination Carbonablagerung, Ölfilm drüber ist zu vergleichen mit einem Grillrost. Ein Grillrostreiniger, der nicht funktioniert, liegt in der Regel nicht am Grillrostreiniger, liegt in der Regel am Grillrost. Vielmehr an der Ablagerung. Wenn der Reiniger für den Rost nicht vernünftig reinigt, dann macht euch mal darüber Gedanken, ob vielleicht noch Öl oder Fett auf dem Rost ist. Wenn das so ist, dann macht die ganze Sache noch mal heiß. Dass alles an Öl, da oben abgebrannt, verbrannt, sich in Kohlenstoff, in Carbon umgewandelt hat. Dann abkühlen lassen und dann diesen Reiniger drauf. Dann wird er funktionieren. Solange die Barriereöl da noch drauf ist, werdet ihr da nichts abbekommen. So, okay. Groben Ablagerungen sind gelöst. Die sind jetzt weich. Ich ziehe sie jetzt runter. Dazu mache ich mir dasselbe Stäbchen wieder. Nur jetzt packe ich einen Komfortreiniger drauf. Hier habe ich einen Bürsteneffekt durch die eingelagerten Messingfasern. Was ich jetzt machen will, ist das, was ich angeraut, angelöst habe, abzutragen. Und da ist der Komfortreiniger perfekt. Der nimmt nämlich jetzt diesen Schmutz, den wir angelöst haben, auf und ich bringe ihn runter vom Verschlussträger. Um die gelösten Ablagerungen abzutragen, baue ich mir jetzt wieder mein Schaschlikstäbchen, aber diesmal mit Komfortreinigern. Sechs Stück. Wieder ein bisschen Carbonlöser drauf. Und jetzt die Komfortreiniger. Alles, was der Carbonreiniger jetzt angelöst hat und wir zum Großteil über diese Intensivreiniger mit dem Messinggewebe gelöst und abgetragen haben, nehmen wir jetzt über die feinen Komfortreiniger, über die Filze auf und bringen da den letzten Rest noch runter. Ihr seht auch hier, ein bisschen was ist noch drauf, nicht mehr viel, aber auch das kriegen wir jetzt. Auch wieder hier die Führung vom Verschlusskopf geht bestens in der Kombination Schaschlikstäbchen zu Kaliber 22 Komfortreinigern. Ich komme hier wirklich in jede Ritze, in jeden Winkel. So, ihr seht hier, wir kriegen wirklich alles sauber raus. Der Filz nimmt alles auf, bleibt nichts mehr im System zurück. Unterseite, auch hier die Führungsnoten wieder. Ihr seht, der Intensivreiniger hat eigentlich schon sehr viel bis alles abgenommen. Es sind tatsächlich nur noch Feinheiten, die wir hier rausholen, aber auch die wollen wir weg haben. Egal wie genau ich schaue, es ist einfach nichts mehr drauf jetzt. Es ist nichts mehr zu sehen. Wir haben alles gekriegt. Nichts mehr drauf, nichts mehr da, auch hier. Und den Pin. Fertig, sauber, jetzt um den Verschlusskopf noch. Nun zum Verschlusskopf, selbe Spiel. Hier wieder diese Carbonablagerungen. Ich verwende wieder einen Carbonreiniger und springe jetzt wieder zurück zu meinem ersten Stäbchen mit den Intensivreinigern drauf, um die ganze Sache über die Chemie anzulösen, hier aufzurauen und dann mit den Komfortreinigern abzutragen. Übrigens, es sollten hier überdimensional harte Verkrustungen sein. Findet hier in dem Tool einen kleinen Schaber, der genau vor die Gasringe passt. Sollte man sparsam mit umgehen, ist ähnlich wie eine Feile, bin ich kein so großer Freund. Lieber vorsichtig abtragen, lieber mit einem Intensivreiniger, vielleicht mit einer Messingbürste, wenn ihr denkt, das machen zu müssen. Wenn es gar nicht mehr anders geht, hier wäre das Tool dazu, kann man machen, aber bitte Spaß am Einsetzen. Schont hier euren Verschluss. Einsprühen, wirken lassen. Hier passen auch wieder optimal die 22er Filze in die Biegung des Verschlusses. Und ich kann hier wieder wunderbar die ganzen Ablagerungen anlösen. Und hier haben wir natürlich auch das meiste, was sich an Carbon, an Schmauch hier ablagert. Seht ihr auch hier an den Filzen. Das haben wir bei 100 Schuss, wenn wir nur mal ganz grob die ganze Thematik einmal durchbürsten. Auch ganz interessant hier die Aufnahme vom Campen. Auch hier passen die Kaliber 22 Filze perfekt rein. Optimal, um hier diese Aussparung zu reinigen. Ebenso hier vorne die Verriegelungswarzen. Und was ihr hier seht, hier fehlt eine bei meiner AR-15. Hintergrund ist folgender. Ab und an war ich mit meiner AR-15 in Österreich unterwegs. Und damals war es noch Vorgabe, dass hier eine Verriegelungswarze fehlt. Genauso im Gegenstück ist im Verschluss was zugemacht. Soll den Hintergrund haben, um nicht auf ein vollautomatisches System umbauen zu können. So, Ablagerungen angeraut. Und jetzt springen wir wieder zurück auf unser Schaschlikstäbchen mit den Komfortreinigern drauf. Dasselbe Spiel. Alles was jetzt noch drauf ist, ziehen wir mit diesem Komfortreiniger jetzt vom Verschlusssystem. Analog zum Verschluss und zum Verschlussträger machen wir jetzt den Campen und alle anderen kleinen Bauteile im selben Verfahren und mit dem selben Ablauf sauber und dann sehen wir uns wieder. Okay, System ist sauber. Ihr seht auch hier, das ganze Thema ist unglaublich trocken jetzt durch den Carbonreiniger. Wir müssen das ganze System jetzt wieder nachölen. Dazu verwendet ihr das Waffenöl eures Vertrauens. Ich habe mich heute für Proferrum entschieden. Achtet auch wieder darauf, weniger ist mehr. Ihr müsst nicht so viel drauf machen, dass wirklich alles nach unten ausläuft. Es ist kontraproduktiv. Ich sprühe Öl relativ dünn hier auf, auf die Außenseite, auf die Innenseite. Wichtig hier bewegt sich der Verschluss. Nicht vergessen, diese Führung in diese Lagerung hier zu ölen. Auch die Einführung, die Führung von Campen. Damit sich Öl hier verteilen kann, könnt ihr den Verschlussträger auch mal aufstellen. Ein bisschen drehen, so kann sich das Öl wunderbar im System verteilen. Ihr seht auch hier wieder, Handschuh macht durchaus Sinn. Um überschüssiges Öl abzutragen, ein einfacher Lappen und das ganze zart und vorsichtig hier wieder von überschüssigem Öl befreien. Es ist tatsächlich so, dass weniger hier doch ab und an mehr ist. Verschlussträger geölt. Jetzt der Verschluss. Selbes Spiel. Er wird wieder vorsichtig eingeölt und mit einem Lappen das Öl verteilt. Überschüssiges Öl abnehmen. Gleiches beim Campen und beim Auszieher. Wir wollen hier zwei Dinge erreichen. Zum einen Funktionalität, das heißt Beweglichkeit. Zum anderen Korrosionsschutz. So, nun ist es Zeit, den Verschluss wieder zusammenzusetzen. Umgekehrt die Reihenfolge, wie beim Auseinanderbauen. Ich beginne hier wieder mit der Auszieherkralle. Auszieherkralle einsetzen. Fliegerungsstift durchschieben. Verschluss von vorne in den Verschlussträger. Campen einsetzen. Schlagbolzen rein. Und hier vorsichtig den Sicherungspin des Schlagbolzens. Die verbiegen sich gerne. Achtung beim Einsetzen. Das Ganze mit ein bisschen Gefühl. Die brechen auch mal. Verschlusssystem ist wieder komplett. Jetzt können wir uns um die Abzugseinheit kümmern und dann um den Upper. So, wir kümmern uns nun um den Lower. Abzugseinheit. Hier wird man keine große Ablagerung haben. Das Thema, was wir an Verschmutzungen über die Gasabnahme nach hinten bekommen, bleibt in der Regel am Verschluss hängen. Hier hat man nichts, desto trotz Ablagerungen. Sei es Staub vom Skistand. Was auch immer. Was wir hier machen, ist die Abzugseinheit zu reinigen. Dazu verwenden wir einen Kaltenfetter oder einen Bremsenreiniger in der Kombination mit dem Druckluftspray und dann werden wir die ganze Sache noch ölen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Um Ablagerungen hier rauszukriegen, verwende ich einen Kaldämpfetter, von Schletech nennt sich Gun Cleaner, und einen Druckluftspray. Der Reiniger wird ins System eingesprüht. Um nicht alles in den Raum zu verteilen, mache ich einen Lappen drüber, schnappe mir das Druckluftspray und blase die Ablagerungen, die der Kaldämpfetter gelöst hat, übers Druckluftspray raus. Funktioniert auch sehr gut, die ganze Sache. Bisschen wirken lassen, nicht zu lange. Sonst tunstet der Kaldämpfetter ab. Man sieht das hier sehr schön, wenn ich den Kaldämpfetter außen aufsprühe. Die Druckluft den abnimmt und Schmutzpartikel nach draußen besördert. Zum Entnehmen der Buffer-Tube ist hier ein kleiner Verriegelungspin. Buffer-Tube, Feder nach hinten drücken, jeden Pin auslösen und die Buffer-Tube nach vorne lassen. Und es wird auch nicht schaden, die Buffer-Spring und die Buffer-Tube ab und zu zumindest mal mit einem Tropfen Öl zu versorgen. Auch hier vermeide ich eventuell Korrosion. Um in umgedrehter Reihenfolge wieder zurückbauen, Buffer in die Buffer-Spring und das Ganze gemeinsam zurück in die Buffer-Tube. Um die Abzugseinheit mit der Schlagstückfeder zu ölen, verwende ich gerne einen Punktöler. Hier habe ich nämlich wieder den Vorteil, dass ich sehr dosiert Öl einbringen kann. Wiederum das Prinzip, so viel als nötig, so wenig wie möglich. Abzugseinheit, Abzugsfeder, komplettes System haben wir nun abgeölt. Jetzt kommen wir zum elementaren Teil, nämlich zum Upper mit dem Lauf. Und jetzt wird es spannend. Bevor ich mich jetzt um den Lauf kümmere, vielmehr um die Reinigung des Laufes kümmere, haben wir eine ganz wichtige Einheit hier, und zwar die Barrel Extension. Sprich, der Bereich, das Gegenstück des Verschlusskopfes, wo die Waffe verriegelt. Durch die direkte Gasabnahme haben wir hier das Problem, dass wir eine ganze Menge Eintrag an Carbon, respektive Schmauch, in dieser Barrel Extension haben, und der muss raus. Darum geht es jetzt. Hier aus dieser Barrel Extension die Aufnahme des Verschlusskopfes, der hier eingreift. Um die Ablagerungen hier rauszukriegen, gibt es im gut sortierten Fachhandel Patronenlagerbürsten für AR-15 und AR-10. Ich habe hier eine, vorne Messing, hinten Edelstahl. Wird immer kritisch betrachtet, Edelstahl in der Waffe ist hier kein Problem, denn die Verschlussaufnahme dichtet nicht ab und im Patronenlager, welches abdichtet oder für die Abdichtung neben der Patronenhülse zuständig ist, haben wir Messing und können hier nichts kaputt machen. Da der Weg hier von vorne bis zur Barrel Extension relativ lang ist, muss ich mir hier ein Hilfsmittel schaffen, um diese Strecke überwinden zu können. Und dazu verwende ich die Hälfte unseres Flintenputschstockes. Die Patronenlagerbürste ist hier eingeschraubt in den Adapterhalter für den VFG Filzadapter und kann somit hervorragend verwendet werden. Hier löst sich nichts, hier dreht sich nichts. Perfekte Länge, perfekter Grip. So kann man arbeiten, um die Ablagerung hier drin zu lösen. Und ich habe im Patronenlager und in der Barrel Extension keinerlei Ablagerungen von Tombuck. Ich habe hier wirklich nur, wie im Verschlusssystem, reinen Schmauch, reine Carbonablagerungen. Also arbeite ich hier wieder mit einem Carbonempferner. Die Patronenlagerbürste ist auf dem Putzstock aufgeschraubt. Was ich jetzt mache, ist den Carbonlöser in die Barrel Extension einzusprühen, ohne lange Wartezeit, damit der nicht ausdunstet, sofort mit dieser Bürste nachzuarbeiten und diese Ablagerungen zu lösen. Wirklich drehen hier, damit sich das auch löst. Schwierigkeit ist, alles, was wir jetzt lösen, hier rauszubringen. Beim Rausziehen nach rechts die Bürste weiter drehen, damit sie sich nicht ablöst. Nochmal Carbonempferner drauf. Unser berühmtes Tuch leicht nach unten halten und über die Druckluft aus dem System blasen. Man sieht einen deutlichen Unterschied zu vorher. Mit ein, zwei Wiederholungen bringt man hier tatsächlich alles raus. Das ist die einfachste und schnellste Methode, um eine Barrel Extension bei der direkten Gasabnahme sauber zu kriegen. Der Grund, warum ich mich eingangs um die Barrel Extension kümmere und nicht um den Lauf, ist ganz einfacher. Alles, was wir hier austragen, lösen und ausblasen, werden wir auch eventuell in Teilen in den Lauf drücken. Und das macht keinen Sinn, wenn ich vorher den Lauf sauber mache und dann die Barrel Extension. Zuerst die Barrel Extension und dann den Lauf. Sollten wir was in den Lauf einblasen, werden wir das dann austragen können, wenn wir den Lauf reinigen. Die Reinigung des Laufes möchte ich euch nun im geschlossenen System zeigen. Dazu setze ich die Waffe wieder zusammen, Verschlussträger einbauen, Lower und Upper über die Pins wieder verbinden und dann sehen wir uns wieder. Waffe ist zusammengesetzt, alles abgeölt. Jetzt kümmern wir uns um die wichtigste Komponente, nämlich den Lauf. Dazu verwende ich unser Firearm Pocket Set und die beiden Reiniger VFG Comfort und VFG Intensiv, jeweils im Kaliber 22. Das Firearm Pocket Set besteht aus einem Stahlseil, welches Kunststoff gemantelt ist, um Laufbeschädigungen zu vermeiden. Fest verpresst ist hier der VFG Adapter zur Aufnahme der Filze, inklusive Rändelmotor und eine Zughilfe, falls es mir schwerer geht. Um die Ablagerungen aus dem Lauf zu lösen, muss ich als erstes Öl eintragen. Hierzu verwende ich den Comfortreiniger. Der nimmt nämlich Öl optimal auf und gibt es optimal und gleichmäßig im Lauf wieder ab. Comfortreiniger auf die Adapterspitze aufdrehen, bisschen Öl drauf. Ihr müsst es auch hier nicht übertreiben. Und das Schöne an dem Zugsystem ist hier, dass ihr das Ganze wunderbar im Liegen machen könnt. Ihr braucht keinen Adapter oder sonst irgendwas. Was kritisch sein könnte, ist vorne der Linearkompensator oder eventuell eine Mündungsbremse. Hier besteht das Problem, dass sich die Spitze des Zugsystems eventuell verhakt. Hier gibt es aber eine ganz charmante Abhilfe, zeige ich euch gleich. Bevor ich den ölgetränkten Filz durch den Lauf ziehe, mache ich mir noch Gedanken über meinen Kompensator. Dieser Linearkompensator hat viele, viele Löcher, die nach vorne das Mündungsfeuer ableiten. Hier verhaken sich gerne diese Spitzen. Um den ganzen Abhilfe zu schaffen, gibt es einen einfachen Trick, den zeige ich euch jetzt. Ich verwende handelsüblicher Strohhalm. Der dient dazu, um die Spitze hier vorne aufzunehmen und die Löcher des Kompensators oder der Mündungsbremse abzudecken. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in der Nahaufnahme. Ich führe den Strohhalm einfach von vorne in den Linearkompensator an den Abnahmen vorbei bis zum Laufbeginn. Von der Rückseite unser Firearm Pocket Set. Und wie ihr hier seht, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man müsste, fängt der Strohhalm in der Stahlseil. Und ich habe die Löcher und Aussparungen des Kompensators überwunden. Einfach schnell. Seil einmal durchziehen und nach Herstellerangabe einwirken lassen. Ich warte jetzt fünf bis sieben Minuten und dann mache ich mit den Intensivreinigern weiter. Einwirkzeit des Öls ist rum. Wir beginnen jetzt mit den Intensivreinigern weiterzuarbeiten und zwar mit zwei Stück. Erster Intensivreiniger drauf. Hält sich über das Gewinde. Zweiter Intensivreiniger wird vorne aufgesteckt. Und über die Rändelmutter gesichert. Warum zwei Intensivreiniger? Das hat einfach den Hintergrund, damit ich hier eine größere Oberfläche habe und den Intensivreiniger nicht so oft durchziehen muss. Um den Zugwiderstand zu minimieren, mache ich hier ein bisschen Öl drauf. Wirklich nicht viel. Es geht nur darum, das Ganze einfacher zu ziehen. Ich verwende wieder den Strohhalm, um vorne die Öffnungen des Linearkompensators auszuschalten. Strohhalm vorne rein. Firearm Pocket Set. Über das Patronenlager in die Waffe. Strohhalm kurz halten. Hier ist er auch schon. Man kann das Ganze mit der anderen Hand hier ein bisschen führen. Dann gleitet es leichter in das Patronenlager. Und der geht jetzt eingangs ein bisschen schwerer zu ziehen. Und das Ganze wiederhole ich jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnmal. So lange, bis sich der Intensivreiniger leicht und gleichmäßig durch den Lauf ziehen lässt. Dann habe ich die Abragerungen nämlich sehr gut angelöst. Ich habe den Intensivreiniger jetzt zehnmal durchgezogen. Er lässt sich weich und ruhig und locker ziehen. Die Ablagerungen sind nun aufgeraut. Ich trage jetzt noch mehr Öl ein über den Komfortreiniger, damit dieses Öl in die aufgerauten Ablagerungen einsetzen kann und die Ablagerungen dann final vom Lauf ablöst. Hier nochmal großzügig Öl auftragen. Das darf nochmal arbeiten, das darf nochmal wirken. Auf dem Filz und übers Patronenlager wieder in die Waffe einbringen. Zum Überbrücken des Linearkompensators verwende ich vorne wieder den Strohhalm. Ziehe nochmal Öl ein und lasse dieses nochmal einige Minuten wirken. Die Zeit ist rum. Wir haben das Öl jetzt das zweite mal einwirken lassen. Jetzt beginne ich, was sich abgelagert hat und nun gelöst ist, mit Komfortreinigern aus dem Lauf zu ziehen. Hier wird kein Öl mehr aufgetragen. Es werden ab jetzt nur noch trockene Komfortreiniger vom Patronenlager zur Mündung durchgezogen, bis die Filze sauber rauskommen. So, der Lauf ist nun sauber. Wir haben benötigt, um die Waffe zu reinigen. Einen Filz, um Öl einzutragen. Zwei Intensivreiniger, um die Ablagerungen zu lösen. Einen Komfortreiniger, um nochmal Öl einzutragen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf Komfortreiniger, um alle Ablagerungen rauszubürsten. Der letzte hier ist komplett sauber. So, zum Abschluss sorgen wir außen noch für den Korrosionsschutz. Es wird ein bisschen Öl aufgetragen. Hier gilt auch wieder, weniger ist mehr. Was wir nicht haben wollen, das ist ölig ist ohne Ende. Drum tragen wir hier einen dünnen Film auf und verteilen den dann mit einem weichen Baumwolltuch. Wie es genau läuft, zeige ich euch jetzt. Ihr seht auch hier sehr schön, wie die Badekappe ihren Dienst verrichtet. Geniale Lösung eigentlich. So, die Waffe ist außen nun auch mit einem hauchdünnen Ölfilm versorgt. Ich nehme jetzt noch den Schutz ab, sprich die Bademütze. Und dann haben wir auch schon wieder den Originalzustand dieser Hera. Und ich denke, mit dem Ergebnis können wir durchaus zufrieden sein. So, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich freue mich schon auf die nächste. Wenn es euch gefallen hat, teilen, liken, die Glocke, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Euer Andi von VFG Weppencare.